Servus, ich bin der Eddy und gemeinsam mit dem Hanno, der macht hier die Kamera, machen wir hier das Lichtkonzept. Ich bin der Oberbeleuchter. Hier haben wir zum Beispiel jetzt eine Greenbox hinter mir aufgebaut. Und dort, später wird es dann sein, als wäre sie in ihrem eigenen Badezimmer. Und wir haben auch eine kleine künstliche Sonne gemacht, die in ihrem Haar ankommt. Dadurch sieht es aus, als würde sie bei einem richtig schönen sonnigen Tag in ihrem Badezimmer spazieren gehen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Spot und bis bald. Servus. Fräulein Müller und Söhne. Aus Liebe zum Film.